Herzlich willkommen bei Donner und Rollstuhl in Bewegung. Wir haben wieder spannende Folgen, wie immer. Diesmal für den Oktober und neben uns haben wir Isabel Edwardsen und wir dürfen so ein bisschen hinter die Kulissen schauen und einen Blick gewinnen in die Tanzsportart. Was haben wir dabei noch, Philipp? Wir haben weiterhin dabei das Training im Tanzen. Da gucken wir mal, was eigentlich da so nötig ist. Auf jeden Fall und auch ein bisschen Psychologie und die Geschichte hinter allem. Das ist auch spannend. Also ihr hört, es gibt einiges zu bereden, einiges zu trainieren. Also seid im Oktober dabei.